Hans Christian Oerstedt war ein dänischer Physiker und Chemiker. 1820 entdeckte Oerstedt die magnetische Wirkung des elektrischen Stromes und gilt als Mitbegründer der Elektrizitätslehre und Elektrotechnik. Oerstedt war 1829 maßgeblich beteiligt an der Gründung der Polytechnischen Lehranstalt in Kopenhagen. Dem Vorgänger der heutigen Technischen Universität Dänemarks seit der Eröffnung war er bis zu seinem Toderektor der Schule. Er gilt als eine der führenden Persönlichkeiten des goldenen Zeitalters Dänemarks. Leben Oerstedt wurde als Sohn des Apothekers Sören Christian Oerstedt geboren. Da es bis 1814 keine allgemeine Schulbildung gab, erhielten Oerstedt und sein jüngerer Bruder Anders Sante Oerstedt hauptsächlich Unterricht von einem deutschen Perückenmacher und seiner Frau, bei denen sie unter anderem Deutsch, Mathematik und die lutherischen Katechismen lernten. Durch die Arbeit in der Apotheke seines Vaters, in der er mit zwölf Jahren anfing auszuhelfen, wurde Oersteds Interesse an der Wissenschaft geweckt. Er erlangte seine weitere Bildung hauptsächlich autodidaktisch durch Selbststudium und ging 1793 nach Kopenhagen, um seine Aufnahmeprüfung an der Universität Kopenhagen abzulegen, an der er dann Naturwissenschaften und Pharmazie studierte. 1799 erlangte er den Doktorgrad mit einer Dissertation über Kants Naturphilosophie mit dem Titel »Über die Architektonik der Naturmetaphysik«. Von 1801 bis 1804 unternahm er eine ausgedehnte Studienreise durch Europa. Unter anderem verbrachte er mehrere Monate in Frankreich und Deutschland, wo er zum Beispiel den Physiker Johann Wilhelm Ritter traf. Ritter war Erfinder des ersten Akkus der Ritterschen-Ladungssäule, beschäftigte sich mit Galvanismus und gilt als Mitbegründer der Elektrochemie. Mit Ritter verband Oerstedt eine langjährige Freundschaft und dessen naturphilosophischen Ideen und Ansichten legten mit den Grundsteinen für Oersteds. Spätere Forschungen zum Elektromagnetismus 1806 wurde er Professor für Chemie und Physik an der Universität Kopenhagen. Hier amtierte er 1825 Sechsundzwanzigstel und 1840 Einundvierzigstel als Rektor. 1809 wurde er korrespondierendes Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und 1821 zu deren auswärtigem Mitglied. Auch Preußen würdigte seine wissenschaftlichen Erkenntnisse und verlieh ihm 1842 den im gleichen Jahr von Friedrich Wilhelm IV. gestifteten Orden Purlemeret für Wissenschaften und Künste. Seit 1820 war er auch korrespondierendes Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften und seit 1821 auswärtiges Mitglied der Royal Society. 1849 wurde er in die American Academy of Arts and Sciences gewählt. Im Januar 1812 wurde er in der Kopenhagener Freimaurerloge Friedrich zur gekrönten Hoffnung aufgenommen und an seinem Hochzeitstag 1814, an dem er Inger Birgit Ballum heiratete, ernannten ihn die Kopenhagener Logen zum Ehrenmitglied. Oersted hatte mit seiner Frau drei Söhne und vier Töchter. Der Schriftsteller Hans Christian Andersen unterhielt eine langjährige Freundschaft zu Oersted und wurde von dessen naturphilosophischen Ansichten beeinflusst, was sich nach Ansicht von John L. Greenway besonders in seinem Märchen Die Glocke widerspiegelt. Als Literaturkenner und überzeugt von Andersens Talent war Oersted 1835 mit treibende Kraft zur Veröffentlichung seiner Märchen. Auf Initiative von Oersted wurde 1829 in Kopenhagen die Polytechnische Lehranstalt gegründet, deren erster Rektor er seit der Eröffnung bis zu seinem Tode im Jahr 1851 war. Als er im Alter von 73 Jahren am 9. März 1851 in Kopenhagen verstarb, war er anerkannter Physiker, Chemiker und Astronom und gilt heute als eine der führenden Persönlichkeiten des goldenen Zeitalters Dänemarks. Seine Grabstätte liegt auf dem Assistenzfriedhof im Kopenhagener Stadtteil Norebru. Werk 1819 isolierte Oersted erstmals Piperidin aus schwarzem Pfeffer und 1825 gelang ihm durch Reaktion von Aluminiumchlorid mit Kaliumamalgam erstmals. Die Darstellung von Aluminium 1820 beobachtete Oersted während einer Vorlesung die Ablenkung einer Kompassnadel durch einen stromdurchflossenen Draht und entdeckte somit die magnetische Wirkung des elektrischen Stromes. Er unternahm daraufhin hierzu weitere Experimente. Im gleichen Jahr konstruierte er das Piazometer. Oersted war nicht der Erste, der einen Zusammenhang zwischen Elektrizität und Magnetismus entdeckte. Denn bereits 18 Jahre zuvor wurden seine Beobachtungen von dem Italiener Gian Domenico Romagnosi gemacht. Diese fanden aber zu jener Zeit keine Beachtung und gerieten wieder in Vergessenheit. Der ohnehin zu holistischem Gedankengut neigende Oersted erkannte sofort die Tragweite der Verknüpfung beider Phänomene und löste mit der Veröffentlichung seiner Erkenntnisse die Entwicklung der Elektrizitätslehre und Elektrotechnik aus. Nach Oersted wurde die inzwischen veraltete CGS-Einheit der magnetischen Feldstärke benannt. Weiterhin führte er Forschungen zu den Eigenschaften von Flüssigkeiten und Gasen durch, wobei sein Hauptaugenmerk auf deren Kompressibilität lag. Oersted führte als erster den Begriff Gedankenexperiment als Beziehung zwischen mathematischer und physikalischer Erkenntnis bei Kant ein. Die Prägung des Begriffs wird aber ernst macht zugeschrieben, da Oersteds kantische Perspektive nahezu ohne begriffsgeschichtlichen Einfluss blieb. Ehrungen Der 1999 gestartete erste dänische Satellit Oerstedt zur hochpräzisen Vermessung des Erdmagnetfeldes. So wie der Mondkrater Oerstedt wurden zu seinen Ehren nach ihm benannt. Oerstedt war auch Namensgeber für das erste als Kabeleger konzipierte und erfolgreich eingesetzte Schiff. Die 1872 bei Bohrmeister und Emptwain in Kopenhagen gebaute H.C. Oerstedt der D.E.T.S. Thor-Northiske-Telegraph-Selsgab. Schriften H.C. Oersteds Theory of Us an Unpublished Textbook in Dynamical Chemistry Royal Danish Academy of Sciences and Letters 2003 ISBN 877876-3266 Punkt Der Geist in der Natur Deutsche Originalausgabe des Verfassers München 1850 Der mechanische Teil der Naturlehre Friedrich Fiewig und Sohn Braunschweig 1851 Übersicht über Oerstedt Schriften in den Annalen der Physik und Chemie unter Wikisource